BAM 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 Bevor jetzt irgendwelche blöde Kommentare kommen, das Video ist vom 6. April Hi Leute was geht? Ich bin's Dave Ich bin's Duniel Und heute machen wir Sachen die wir noch nie probiert haben Teil 9 Teil 9 9, Digga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ja, warte doch Schnick, schnack, knuck Schnick, schnack, schnuck AAAAAAA Nein, Spaß geht nicht Schnick, schnack, schnuck Junge Ich dachte du brauchst du brauchst Papier Ja, ich dachte du brauchst du brauchst Papier Schnick, schnack, schnuck AAAAAAAA Schnick, 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 schnick Schnick, schnick, schnick Ok So und wer darf wählen? Ja ich, weil ich ja gewonnen habe Ich würd sagen Das hier Also es wird nicht eklig sein, aber es ist so wässerig Kannst du diesen wässerigen Eis sehen? Boah ne Ich glaub dieser Schmuck, weil es ist von Von Lieblings Leute, von Lieblings Lieblings Was machst du da? Keine Ahnung Oh mein Gott Das ist das beste Ding, was Lieblings gemacht hat Das ist das beste Ding, was Lieblings gemacht hat Das ist mir ehrlich Ich dachte am Anfang verarscht und mich aber Das war nur der Anfangsgeschmack So richtig bestes Schmeckt von ner Erdbeere Hier steht noch ein Kili, aber die schmeck ich irgendwie nicht Ich wusste Oh Boah, ich kann voll erschrocken Diese Nüsse Ja das sind so Black Pfeffer Black Pfeffer Das sind so Pfeffernüsse Keine Ahnung Ja warte, Grüße gehen raus an AZA ZAZA 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 Der Knopf Warte Der war sowieso, dass wir die Grüße Jaaaa Ja hier Ey die sind irgendwie nicht so schmackhaft aus Ey macht's mal weg Leute Sieht aus wie Iiiiiiii Warte, wo ist die Kamera? Also Oh iiii Die sind nicht mehr richtig würzen Guck mal Digga Liebe Mmmmm Jetzt macht es wie ich Tränen und Nein Digga Er denkt das ist die Marke wo steht Trennen im Für die Umwelt Er sagt das ist die Marke Ähh Liebe Widerstand das Wo ist das? Clarkies heißen die Clarkies Bruder warum sind wir Solche Pfeffer Digga Die so cool aus sind Hier ist richtige Ey wir blenden nochmal ein Wie ist das angefangen Wieso Wir blenden das nochmal ein Wie sind die auf der verpackten Das war richtig verarscht Ich dachte das ist richtig Geschmack ab Oha Ey Sind die schlecht? Musst du sagen mehrere Wenn die Geschmack intensiv Ist das nicht schlecht? Der Hosen Wissen Ne? So was Warte Ich musste ja Noten geben Ne 9 von 10 Ach Die hier? Ne 9 Die Beerdnüsse also sag ich 10 Egal Es noch nicht viel Wildschwein 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 Ah Ja ok Wer auf jeden Fall neu auf dem Kanal ist Lass ein Abo da Einen Like Checkt uns Instas ab Dave und Daniel Gaming Dave und Daniel Youtube Oh egal Jetzt wählst du was Ich glaube Nach dem Dinges Kommt jetzt Ey wir sind so dumm Hättest du erst das hinnehmen sollen Und dann das Weil das trocken ist Ok egal Du bist ja zu dumm Ja weiß ich Du bist ja gewillt Hat gerade aufgefallen Ja noch mehr Salz Ich würd sagen Neck Ey auf den Klappis Hallo Oh oh Ja Ja auch Ey auch Okay Ja ich kann reingreißen mal in diese gute Stube Ja Warum ist mir eigentlich solche Psyche Digga ich so Psyche Ich hab die grad voll zerquetscht Ey machen wir mal die Hälfte wieder da rein Ja ey Boah Öh Schalte Guck mal diese Krümel da raus Ey Ey Klarkis Seid die Besten Guck mal Guck mal Hier sehen sie so scheiße aus Nicht so gewürzt oder so äh schön Hier sind sie richtig gewürzt Digga Was macht ihr? Könnt ihr überhaupt äh sehen oder? Pannen die Frisch am Besten einfach Die machen nur die halbe Packung voll Ja Ey wir wollten eigentlich das machen mit der Krampfzahl Ab das wirklich stimmen Die haben es immer noch nicht gemacht Haben wir vor zwei Jahren oder so haben wir gesagt Drei 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 Digga Müssen wir nix damit machen Ja komm wir machen das nix mal 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 Oh ne Fliege Oh die waren schon geil Oh die waren schon geil Zehn von zehn Digga Ah ich sag ne neun von zehn Die Knürstchen Von 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 Rügenwalter Specialität Oh Die war kaputt gemacht Ey 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 Oh Leute Ey 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 Er macht die kaputt Ey Er macht die kaputt Er sagt dann so Erstmal einen guscheln guten Morgen Und bitte schreit nicht so rum Da Setter bis oben hin Hat er einfach mal so gesagt Hey weißt du niemand wo wir da rum geschrien haben Da Ja stimmt Weißt du wahrscheinlich eh nicht mehr Doch 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 Ja Ja Das hängt für eine Linde Digga Oh wir wollen Knoben Schmeckt gut Schmeckt gut Schmeckt halt wie ne Wurst Mann Mann ist das ne Wurst Egal du bist ein Tier Ey mach so Ich würd sagen sogar ne 8 Ne 9 Ja steh eh nicht so krass auf Würstchen aber Sie sind schon ganz schmackhaft Ey Ich halte das Extra mach ich durch den Volumen Lauter Bin der Furz So das letzte Schokolade So Oha breit So Ja was ist das für eine Schokolade Zartherb 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 Ja ok ok Der Vogel hat sich grad angelt wie mein Wecker Spirit G одном Spiel bei Müll Müssen wir uns natürlich alles weg trovieren Ich mach so lange in diesem Hartge���pe Schokolade auf Oh Gott Die ist besser bestimmt Egal die ist kaput Ich nannte die kaputt gemacht Ja aber die riecht Die riecht sich Oha 令 Aua! Auah! 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 Geist du rum, Digga! Ich bin einfach kaputt gegangen! Ey, was ist das denn, Pio? Ich hab da mal hingespuckt! Auah! Auah! Mal schauen! Voll hart! Na, guck mal, ich bin gebissen! Ah! Auah! Oha! Oha! Hm! Schreck irgendwie nicht nach Zartbitter! Was sagst du? Hm! 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 Für Schokolade ist es nicht optimal? Nur 6 von 10! Ja, auch! Ich kann nicht mehr! Kurz mit Müll aber gespringen, du bist nicht! Ich werd nach, ähm, in einer Pferdescheiße trinken, aber... Schmecken! Ja! Ja! Das will ich mal sagen! Das war's mit dem Video! Tschüss! Ha! Mann, geh raus! Kapitel 7 Das ist ebenso Tschüss! Das ist ebenso St комп Komplett! om